halli hallo hallöle hier ist mal wieder eure cameo maus der andreas und ich freue mich euch nach langer zeit mal wiederzusehen beziehungsweise mal wieder ein tutorial zu machen weil euch sehen ist ja ein bisschen schwierig die zeit habe ich weil ich durch kofit und die daraus resultierende kurzarbeit zu hause bin und mich ein bisschen die langeweile überkommt und mir geht das langsam so auf den sender ich habe so keinen bock mehr darauf und bildet endlich mal wieder normalität kommt aber das ist jetzt hier nicht der punkt gut wie bin ich darauf gekommen ein tutorial zu machen ich habe letzte tage eine sehr schöne pop-up geburtstagskarte gesehen und mir überlegt die könntest du auch machen dann habe ich im internet mal recherchiert und habe dazu auch eine anleitung gefunden es ist nur eine bastel anleitung nur in anführungszeichen weil natürlich ist basteln mit einem falzbrett und mit einer schere was anderes als mit der silhouette cameo zu arbeiten okay das video den link dazu findet ihr unten unter den bemerkungen da findet ihr auch zusätzlich ein link zu dem thema welche studio version gibt es also designer edition business edition ich weiß nicht was es gibt das eine tabelle im vergleich was sie alles können und da ist auch noch ein link drunter für die software und hardware bzw firmware updates die es gibt so die anleitung die ich jetzt also im internet gefunden habe die kann man im normalfall nicht 1 zu 1 übernehmen und da müssen wir uns ein bisschen selber reindenken zum denken benutze ich mein hirn zum arbeiten habe ich im macbook und das silhouette studio in der neuesten version 4.4.476 ss be dabei steht ss für silhouette studio be steht in diesem fall für business edition es gibt also mehrere varianten dieser software und die kann man sich freischalten dafür kann man sich bei erziehen entsprechenden code kaufen jedenfalls war es früher so und dann kann man sich das freischalten ich empfehle an dieser stelle immer die designer edition weil die halt wirklich ein zwei drei features hat die einem beim arbeiten wirklich gut helfen aus dem thema etsy bin ich aber echt vollkommen raus da kann ich euch nicht wirklich weiterhelfen so zu dem tutorial das tutorial ist eine arbeitshilfe und aus diesem grund gibt es auch keine fertige datei zum download denn ihr solltet das zusammen mit mir erarbeiten und habt ja dann nachher das fertige teil sozusagen in der hand ich muss dazu noch anmerken dass es natürlich vielleicht bessere wege einfachere wege gibt zum ziel zu kommen ich zeige euch wie ich zum ziel komme und im endeffekt ist es nachher so dass wenn ihr fertig seid und die datei geil aussieht oder das produkt was ihr dann hergestellt habt dann fragt euch keiner mehr wie ihr dahin gekommen seid und von daher lasst uns einfach so machen was ich jetzt noch loswerden muss ich muss ein dankeschön loswerden denn ich werde nachher mit der cameo 4 arbeiten und die wurde mir von der klasse zur verfügung gestellt in der ich als integrationshelfer arbeite also hier an dieser stelle hallo 1 der trau gott weise schule herzlichen dank dass ihr mir das gerät für dieses tutorial zur verfügung gestellt hat okay dann lasse die spiele beginnen der anfang ist relativ simpel und da kommt eigentlich jeder von alleine doch man muss sich die anleitung anschauen während man sich die anschaut nimmt man ein blatt papier daneben schreibt sich die entsprechend wichtigen maße raus und hat dann die grundlage um damit im studio zu arbeiten in diesem fall bei diesem video ist es so dass es ein amerikanisches video da wird alles in inch gerechnet und ich habe in den bemerkungen und runter in der linkliste auch ein link für euch um diese werte umzurechnen aber ich habe es euch noch einfacher gemacht ich habe euch nämlich einfach eine liste mit den maßen auch unter bemerkungen eingestellt und ihr seht im video immer die entsprechenden maße so ein bisschen los werden und dann geht es wirklich los falls jemand dieses komische musik geklimpere im hintergrund vermisst es wird auch nicht kommen ich hasse es ich habe es schon mal erwähnt ich möchte ein tutorial vernünftig konzentriert gucken können ohne dass ich mit zum was ich nicht aufzugs geklimper voll gespielt werde also lasst uns anfangen und ich hoffe ihr habt wieder viel spaß beim video los geht's so jetzt befinden wir uns in der arbeitsoberfläche von silhouette studio und ich habe drei sachen vorbereitet wir brauchen einmal ein für die mechanik erstmal nur die mechanik ohne irgendwas schickes kreatives brauchen wir das inlay mit dem wir arbeiten wir brauchen eine vorlage wo wir die wo wir schicke sachen drauf kleben können und wir brauchen den umschlag das eigentlich die eigentliche karte wo wir alles rein kleben wir fangen mit dem mechanischen teil an dazu brauche ich hier ein rechteck in der größe 273,05 mm x 215,9 das erreiche ich ganz einfach ich gehe hier links in die werkzeugleiste ziehe gehe da auf rechteck und ziehe mir jetzt einfach ein rechteck auf da ich weiß dass meine höhe größer sein soll als die breite gehe ich schon mal hin und mache das so jetzt seht ihr hier links die seitenmaße sowohl die höhe als auch die breite und ihr findet diese werte hier oben nochmal man kann versuchen und hier irgendwie ich habe vergessen was zu tun ich drücke normalerweise immer nach einem rechteck wenn ich nicht mehrere machen will auf auswählen damit ich das werkzeug sozusagen abmelde das ist habe ich mir so eingestellt das will ich so haben jetzt markiere ich das nochmal so jetzt kann ich diesen anfasser nehmen kann jetzt hier die breite so ziehen mir ist es nur breite und höhe hier kann ich die breite ziehen und kann versuchen auf 215, ich versuche es mal 215 ihr merkte 215,8 ich will aber 9 haben verdammt das funktioniert nicht aber es gibt einen einfacheren weg ich gehe einfach hier oben hin wie wie breite ja kommt aus dem englischen ich meine white white und machen doppelklick drauf mit der linken maustaste und gibt jetzt einfach die 215,9 da war schon nah dran waren habt ihr das jetzt nicht gesehen aber bei der höhe wenn das sehen ich gehe auf höhe sage 273,05 auf enter und ihr seht es ist in die richtige größe gesprungen damit ist unser rechteck fertig jetzt brauchen wir drei senkrechte und drei waagerechte linien noch um das ganze konstruieren zu können die werte wo die hinkommen haben wir hier eingesetzt aber jetzt da eine linie hinzumachen bei 57,15 von hier aus gesehen finde ich persönlich immer sehr schwierig ich behelfe mir einfach mit rechtecken und zwar lasse ich das werkzeug anziehe drei rechtecke raus 1 2 3 wichtig ist in diesem fall die breite weil ich ja von dieser linie nach da bekehr so ich lab das letzte jetzt gehe ich wieder auf ich bin fertig mit meinem rechtecken ich gehe auf auswählen ist eine besonderheit für mich mache ich immer so könnt ihr tun und lassen wie ihr wollt ihr könnt aber auch direkt hier oben rein klicken und jetzt den wert eingeben 158,75 warum nehme ich den wert enter weil ich faul bin und die jetzt so nach und nach mache so jetzt wieder die breite 107 95 107,95 und enter und ihr seht auch immer da steht dann auch immer der richtige wert den ich haben will das letzte das obere 57 15 57,15 enter und ich habe meine rechtecke fertig und jetzt mache ich folgendes ich nehme die sortiere die hier oben ein lege die genau an die kanten mache das mit dem auch 2 und nummer 3 so und jetzt seht ihr habe ich hier genau linie 1, linie 2, linie 3 wie kriege ich jetzt die linien ist ganz einfach ich gehe auf mein linien werkzeug hier links suche mir die gerade linie aus ich kriege da ein kreuz gehe hier oben rein setzte das kreuz versuche ich möglichst genau auf den schnittpunkt zu legen wird mir wahrscheinlich nicht gelingen aber ich zeige euch wie man das gleich korrigieren kann linker mausklick jetzt ist er da oben fest denn ich kann das setzen wo ich will ihr seht aber ich kann setzen wo ich will da passiert es leicht dass es einmal verspringt um das zu verhindern gibt es eine einfache möglichkeit ihr drückt die shift also die groß schreibtaste haltet die gedrückt und jetzt springt er entweder gerade 45 oder seitlich das könnte jetzt einmal so rundum machen er kennt nur noch diese winkel jetzt ziehe ich die linie einfach runter bis hier unten und jetzt aufpassen nicht ich verschiebe jetzt mal erst die maustaste loslassen moment ich mache es nochmal nicht erst die maustaste loslassen und dann drücken weil ihr seht die linie wird schief sondern ich fange nochmal von vorne an oben linke maustaste shift-taste drücken runterziehen jetzt die linke maustaste drücken jetzt können die shift-taste loslassen das mache ich jetzt dreimal mein werkzeug bleibt im normalfall immer eingeschaltet bis ich auf eine anderes gehe noch mal und ein letztes mal linke maustaste shift-taste drücken runterziehen halten gut jetzt gehe ich mal ganz nah hier oben dran gucken ob das auch wirklich hundertprozentig gemacht habe ich bin da so ein etwas genauerer da ist es sehr gut geworden aber ihr seht hier ich gehe noch näher ran es wird auch da besser sein dieses ganz genauer da gebe ich euch jetzt einen kleinen tipp das erreicht ihr mit den pfeiltasten auf eurer tastatur schaut man ich kann das ganz fein bewegen jetzt nämlich den nämlich das auswahlwerkzeug damit ich nicht wieder eine linie ziehen was ich will klicke ein bisschen mit den pfeil tasten nach rechts bis das hier fast wie eine linie aussieht mache das hier auch noch mal und jetzt habe ich meine linien genau auf meinem mac mache ich das mit alt scrollrad kann ich wieder raus scrollen ihr könnt aber auch wenn ihr wollt hier oben einfach drauf klicken und dann seid ihr wieder in der gesamtansicht ich markiere jetzt hier die drei rechtecke und schon sind sie weg jetzt muss ich das gleiche spiel noch mal machen für die waagerechten linien jetzt mache ich mir rechtecke die wieder auf das rechteck werkzeug rechtecke die länger sind also eine andere höhe haben und jetzt noch das dritte und jetzt gehe ich wieder auf mein auswahlwerkzeug bevor ich vergesse und gibt die erste höhe ein die erste höhe ist 98,42 höhe doppelklick 98,42 enter die nächste höhe darauf klicken höhe 136 52 136,52 enter und die letzte 174 62 174,62 was habe ich vergessen natürlich oben ins feld höhe doppelklicken nochmal 174,62 und enter jetzt mache ich das gleiche spiel was ich gerade in diese richtung gemacht habe mache ich jetzt in diese richtung also ich nehme die setzt sie genau an 1 nummer 2 und nummer 3 das hat sich verschoben noch mal nach oben so und jetzt habt ihr hier die für die waagerechten linien wieder das liniewerkzeug nehmen genau drauf gehen da wo die linie ist und das kreuz der kreuzungspunkt ist shift taste drücken oder gedrückt halten könnt ihr vorher machen wichtig ist nur nicht loslassen bevor ihr die linke maustaste los lasst das nächste machen wir jetzt da linke maustaste erste maustaste loslassen dann die shift-taste und die letzte linie linke maustaste shift-taste gedrückt halten linke maustaste loslassen loslassen shift-taste loslassen jetzt markiere gehe ich wieder auf auswählen ich bin ja fertig mit dem werkzeug markiere mir die alle und habe jetzt die grobe form fertig was mache ich jetzt jetzt versuche ich mir die wege zu vereinfachen ich brauche ja eigentlich nur diesen teil der hier innen ist dies 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 und dies rechteck werden ja von der guten frau ausgeschnitten das machen wir jetzt mal ein bisschen tricky wir gehen mal in die fahrt bearbeitung rein das ist ganz einfach ihr geht da drauf und macht einen doppelklick nein so doppelklick jetzt seht ihr sind hier so vierecke erschienen wenn ich diese vierecke ziehe verändere ich den punkt und die linien mit command z komme ich wieder zurück und diesen effekt nutze ich jetzt mal aus indem ich mal sehr nah dran gehe damit eben ich das sehr genau arbeiten kann und jetzt kann ich folgendes machen wenn ich in diesem modus bin fahrt bearbeiten ihr seht das hier oben dann kann ich jetzt einfach die maus der city da möchte auf die linie kommen wird da so eine spitze die setze ich genau auf den punkt und das machen links klick mit der maustaste und ich habe ein rechteck gesetzt das mache ich jetzt auch an dieser ecke genau so genau wie möglich dahin setzt mein punkt gleiches spiel hier ihr werdet das gleich wenn ich wieder rauskolle sehen wo ich es gemacht habe wir scrollen nach unten und ein bisschen nach rechts damit ihr besser gucken könnt so genau die spitze des files dahin die spitze des files genau dahin je genauer ihr arbeitet umso schöner wird euer produkt nachher so jetzt mache ich das noch mal da und da damit ich nicht so viel scrollen muss drücke ich hier oben drauf jetzt seht ihr ich habe an jeder nicht an jeder es ist schon spät und es ist nicht mein erster versuch das vernünftig hinzukriegen so ich gehe noch mal auf die linie da genau wo der die spitze ist wenn er jetzt hinguckt seht ihr ich habe genau an jede ecke einen punkt gesetzt jetzt können wir den trick anfangen mit dem es vereinfacht ist ich gehe hin als allererstes und verkürze jetzt jetzt gehe ich wieder auf mein ausführungswerkzeug und verkürze diese linien denn die brauche ich so gar nicht mehr die verkürze ich bis sie da anstößt dann nämlich die verkürzt die bis in der mitte so ein rechteck über bleibt aber ich benutze nur die außenlinien so machen wir jetzt hier auch noch jetzt sind nicht die ich gehe gleich wieder raus dann seht ihr wie es in der gesamtheit aussieht und die muss noch dahin ich erkläre ich auch gleich warum das so ist ich gehe noch mal raus so diese linien werden nachher alle falls linien und zwar genau so wie sie jetzt sitzen jetzt möchte ich ja aber ja die hier nach innen haben wie mache ich das jetzt das ist ganz einfach ich klicke hier drauf mag hier das nochmal doppelklick und ich kriege meine fahrt punkte jetzt kann ich den anfassen hier runter setzt den möglichst gerade dahin da haben wir versprungen das mache ich jetzt an allen vier ecken er verspringt mir immer das ist halt manchmal so so mein das kommt jetzt auch nicht so hundertprozentig auf ein hundertstel millimeter an aber es ist schon schön wenn es richtig hinkriegt jetzt gehe ich hier nochmal drauf machen nochmal doppelklick arbeitet nochmal genauer nach da passt es da passt es fast hier ist gut da ist gut so ich gehe wieder raus ihr könnt es ganz sehen und jetzt habe ich folgendes ich sehe keinen unterschied wenn ich das schneiden lasse habe ich ein zwei drei vier zehn rechtecke das will ich ja nicht ich möchte ja falls linien haben dazu mal jetzt folgendes ich habe meine werkzeuge so eingestellt dass alles was ich jetzt mit diesem teil berühre wird markiert ihr seht die linien sind markiert und jetzt kann ich noch mit der shift taste diese linie dazu klicken und diese linie das sollen schnittlinien werden falls linien dazu muss ich die linien art ändern früher war mein erster gedanke oh wenn du ganz kleine schnitte nimmst dann ist das super das toll das sieht keiner super idee nur das problem ist das ist eine mikro perforation das heißt sie sind so klein dass die abstände bei dem material das stehen bleibt so klein sind dass euch das zeug sofort einreißt besser ist es größere abstände zu nehmen deswegen nehme ich diese größeren abstände und ich für mich damit ist optisch auch getrennt habe mache alle meine schnittlinien in rot und alle anderen linien in der farbe wie ich lustig bin also heute ist mir einer blau also klicke ich auf blau so das ist das teil was die gute frau ausgeschnitten hat jetzt habe ich mir ganz genau angeguckt und weil ihr alle nicht da die designer edition habt habe ich diese linie auch mit eingezeichnet weil wir gleich den mittelpunkt hier brauchen denn wir brauchen jetzt noch zwei diagonale linien die ich jetzt setzte wie ich das mache ganz einfach auf das werkzeug geben legen die shift taste gedrückt halten und diagonal ziehen ihr seht es genau 45 grad erst die linke maustaste loslassen dann die shift taste jetzt gehe ich wieder hier oben eigentlich könnte jetzt noch eine linie setzen so aber ich zeige euch einen anderen weg ich jetzt ganz kurz hier oben drauf für mich wieder und ich markiere das teil und setze es jetzt erstmal genau auf die schnittlinie wenn ihr hinguckt seht ihr dass wenn es genau getroffen ist in dem bereich jetzt in diesem fall nach rechts und nach oben die linie so ein bisschen hellblau und durchgehend wird jetzt die maustaste loslassen und das ding dieser mittelpunkt sitzt genau in der mitte dieser linien jetzt brauche ich das ganze ja noch mal in die andere richtung wie gesagt ich könnte mir eine zweite linie zeichnen ich kann euch aber auch zeigen wie man das mit einem anderen trick macht man kann nämlich hier auf kopieren replizieren gehen lässt die markiert und sagt jetzt einfach nach rechts spiegeln und dann seht ihr perfekt ich habe die nach rechts gespiegelt kann jetzt anfassen machen wir das gleiche wie gerade aber es muss ich muss versuchen das so hinzukriegen dass sowohl die waagerechte als auch die senkrechte linie getroffen sind und ich habe es perfekt gemacht dies sollen auch schneide linien werden linke maustaste markieren shift taste gedrückt halten auch markieren nochmal mit der linken maustaste draufklicken dann habt ihr beides markiert hier oben hingehen es soll ja blau sein und es soll schraffiert sein damit wir eben einfach nur die sachen falzen können so jetzt habe ich die mitte genutzt braucht ihr nicht mehr jetzt gleich das teil wegschmeißen geht es hierhin weil ich meiner silhouette gerne arbeit spare zieht das bis an die linie ran macht das hier unten auch markiere den und den so fertig so ist das teil wenn sie das fertig ausgeschnitten und gefalzt hat das können wir mit unserer maschine auf einen hieb machen weiter geht's mit dem zweiten teil ach nee stopp ich habe noch was vergessen tschuldigung die gute frau hat diese linien ja noch nach innen gesetzt also so ein bisschen hier angeschrägt das können wir jetzt auch ganz schnell machen ihr kennt den trick schon rechteck aufziehen jetzt gehe ich hier oben rein direkt sage fünf millimeter fünf millimeter drücke auf enter jetzt hat es die größe aber bei mir ist die einstellung so mein werkzeug ist noch auf ich muss jetzt einmal auf auswählen gehen und jetzt wollte ich mal ganz nah ran fasse das teil an sie ist hier auf die linie ganz nah jetzt kommt wieder das ding was wir gerade gemacht haben das außenteil also den roten teil markieren ihr kriegt doppelklicken mit der linken maustaste jetzt kriegt er wieder die fahrt anfasser nimmt den zieht den genau da in die ecke ok jetzt nehme ich das teil mache das auch nochmal doppelklicken doppelklicken genau da in die ecke setzen das ganze auf der anderen seite nochmal und dann gehen wir gleich zum teil zwei so sekunde zack nochmal doppelklick dahin setzen die nehmen runterziehen genau auf die ecke den außenrahmen markieren so und das teil löschen das teil löschen ich gehe mal kurz auf auswählen löschen einmal kurz die gesamtansicht das teil ist jetzt so wie wir es haben wollen fertig und ich gehe jetzt zum zweiten teil mit euch so jetzt sind wir bei teil zwei ihr seht wieder die altbekannten zahlen die oberen beiden wieder für die größe des objekts und die unteren drei wieder für die falls linien ich gehe auf das werkzeug auf die werkzeugleiste links suchen wir das rechteck aus ist diesmal ein liegendes rechteck hier oben auf die breite 273,05 und gehe dann auf die höhe 76,2 gebe enter ein und ihr seht die werte haben sich genauso geändert jetzt ziehe ich mir drei rechtecke drei hieß rechtecke auf 123 so sehr procedur ist er hier erfangen wir mit dem längsten an breite 206,37 jetzt auf das auswahl werkzeug schnell gehen und wieder breite 136,52 enter und dann nochmal auf 66,67 so ich habe euch die ganze zeit vorhin im teil 1 die teile hoch ziehen lassen mir ist aber was viel einfacheres eingefallen wie gesagt ich war schon länger nicht meiner cameo ich markiere jetzt alle meine rechtecke gehe hier oben in das positionierungswerkzeug sage erstmal ich will alle links einsortieren und dann möchte ich gerne alle alle oben einsortieren und dann seht ihr springt das genauso hin wie ich es will und jetzt habe ich es hundertprozentig genau und jetzt kann ich meine falls linien machen genau auf den punkt shift taste linke maustaste runterziehen linke maustaste runterziehen linke maustaste noch mal drücken fertig nächste mal shift taste linke maustaste drücken runterziehen linke maustaste drücken shift taste los ihr könnt aber auch die shift taste die ganze zeit gedrückt halten das macht keinen unterschied so jetzt kroll ich ran um zu gucken ob ihr wirklich gut platziert habe der erste strich ist super ich gebe auf mein auswahl werkzeug und ich sehe schon bei der letzten war jetzt einfach nur mit den pfeiltasten was richtig machen jetzt muss ich den auswählen und muss auch noch ihr seht das hier oben ich habe da gar nicht hingemachen tut auch was ich nicht will jetzt gehe ich dahin bis da gerade das ist nicht mehr sehen und so ist es optimal so ich gebe auf die gesamte ansicht markiere mir jetzt hier die drei rechtecke die hilfsrechtecke löscht die weg markiere mir die drei falls linien gebe ihnen wieder die anweisung mach eine falls linie draus und weil falls linien bei mir blau sind wenn wir auf der blau gemacht jetzt markiere ich das ganze alles und gehe auf gruppieren wie gesagt damit ich wenn ich mal verschiebe nicht immer diese platzierung verliere das ist ja arbeit so das lasse ich gleich schneiden jetzt gehe ich noch mal in das letzte teil rein ich habe schon mal die größe vorbereitet und ja das ist das der außenteil die eigentliche karte jetzt muss ich noch die mitte finden da gibt es verschiedene möglichkeiten für die leute die ab der designer edition das haben können sich einfach hier links auf das linie mit der linken maustaste klicken rausziehen eine hilfslinie rausziehen jetzt klicke ich auf mein teil und jetzt habe ich es genau platziert jetzt gehe ich hin nehmen wir das strich werkzeug gehe auf die linie linke maustaste shift taste gedrückt halten noch mal linke maustaste fertig wenn ich die hilfslinie loswerden will gehe ich so lange drauf bis der doppelfall erscheint das heißt ich kann wenn ich jetzt links taste drücke kann ich die verschieben wenn sie dunkelblau ist kann ich sie einfach mit der entferntaste löschen so jetzt will ich den wieder zur falls linie machen und fertig beides oder markieren gruppieren damit ihr nichts mehr verloren geht so das schiebe ich jetzt hier drauf so wie ich das gerne möchte wenn mein rechner das gerade zulässt so jetzt habe ich das fertig jetzt zeige ich euch wie das bei mir beim schneiden aussieht aber geschnitten habe ich es schon ich zeige es noch einmal ich gehe hier drüben auf senden jetzt seht ihr dass bei mir hier das werkzeug linie auf geht bei den normal normal sieht so aus schneiden da habe ich nicht so viel auswahl mit der designer edition oder ab der designer edition kann ich wählen was geschnitten wird was wie geschnitten wird wofür ist das wichtig wichtig ist es zum beispiel ich möchte dass diese linien wirklich nur angeritzt werden die müssen gar nicht so tief rein gehen deswegen kann ich jetzt hier zum beispiel sagen der anpressdruck soll sein gehe ich immer niedrig auf 4 5 3 4 weiß ich nicht geschwindigkeit hoch weil das ist keine kunst jetzt drücke ich mal auf senden gucken ob das ding funktioniert auch wenn kein messer drin sitzt ich habe jetzt komplett leer gemacht weil ich habe es ja schon mal geschnitten ist jetzt nur zum zeigen schauen wir mal und sie reagiert nicht weil ich keine schneidematte drin habe sekunde schneidematte rein ok und jetzt drücke ich mal auf senden gucken wie sie es findet tatsächlich sie würde jetzt schneiden und das ist jetzt die gestrichelte linie so einmal kurz zur haustür gerannt und schon geht es weiter ihr müsst natürlich hier auch immer das werkzeug einstellen ganz wichtig ich benutze nie das automatikmesser weil ich finde die einfach nur echt schlecht ich habe so ein cb 09 messer das setze ich immer ein damit arbeite ich deswegen müsst ihr hier tatsächlich auf schneiden gehen und hier hinten bitte darauf achten geht auf manual blade das gleiche gilt für die rote farbe die ich gleich schneiden will auf schneiden gehen auf hier das messer auf manual blade jetzt nehme ich den haken hier weg setze den haken da wenn ich durchschneiden will gehe ich mit dem anpressdruck in diesem fall weil das dickes material ist hoch geschwindigkeit kann auch hoch bleiben weil nichts kompliziertes zu schneiden ist und ich setze zwei durchgänge und jetzt ruhig einmal auf senden und dann werdet ihr gleich hören wie schnell das geht und schon ist es fertig geschnitten und jetzt noch ein kleiner tipp am rande mache ich eigentlich in jedem video bevor ihr das jetzt aus dem plotter rausnimmt kontrolliert ob es geschnitten hat wenn es nicht geschnitten hat oder noch nicht durchgeschnitten hat dann könnt ihr jetzt hier noch eine runde drauf machen oder ihr könnt das messer nehmen die tiefe noch mal ein bisschen korrigieren messer wieder einsetzen und dann nochmal schneiden lassen habt ihr die matte die schneidematte einmal aus dem plotter rausgenommen ist es vorbei dann kriegt ihr das nie wieder so hin wenn ihr es drin lasst und das macht was ich gerade gesagt habe schneidet er immer die linien an der gleichen stelle von daher ist das dann perfekt so und dann geht es gleich weiter ich zeige euch wie man das zusammenfaltet und dann klebt so jetzt seht ihr die drei geschnittenen teile das ist einmal die innenmechanik das ist das inley wo man nachher die hübschen sachen drauf kleben kann und das ist der umschlag also das was außen rum kommt so fangen wir mit dem an wenn ich den jetzt knicke dann sehe ich meine falls linie ich weiß ich könnte die da könnt ihr sie sehen so dann knicke ich das aber ich kontrolliere hier unten noch mal ein bisschen dass es auch wirklich genau gerade ist das sind ich mache das wir können ob wenn ihr so wie heißt hat ach keine ahnung der teil heißt ich nehme jetzt einfach einen kugelschreiber um die falls noch mal deutlicher zu machen im gegensatz zum falz brett wenn ihr ein falz brett habt könnt ihr es natürlich auch damit machen weil wenn man das so macht dann reißt es hier immer so ein bisschen aus wenn man das so einschneidet mit dem falz brett sieht es ein ticken schicker aus aber machen wenn man keines hat kann man es einfach so deswegen wollte ich es euch auch so zeigen bei dem zweiten teil gleiches prinzip ich gucke mir die seite an ich weiß ich versuche mal dazu zu halten da seht ihr die strichen gestrichelte linie ich klappe jetzt einmal in der mitte und jetzt klappe ich die flügel die hier noch sind so hin ich klappe sie meistens einmal andersrum damit ich es deutlicher sehen kann und jetzt kann ich das sehr schön machen das gleiche mache ich hier einmal in die falsche richtung damit die linie sich nach hinten durchdrückt ihr seht das hat sie sich durchgedrückt und jetzt kann in der stelle sehr sauber arbeiten jetzt wieder mit dem kugelschreiber schön scharf machen auch hier gilt natürlich wenn ihr das mit der habe ich nicht doch habe ich das hätte noch ein bisschen genauer sein können egal das ist ja nur meine musterkarte wenn ihr das so macht so sollte die aussehen ist jetzt auch schwarz zum grund schlecht zu sehen so jetzt kommt der letzte teil der ist ein bisschen kniffliger und ich habe gerade gesehen diese falls linien hier die hätte man sich schenken können aber gut man weiß es ja nicht aber jetzt weiß ich es beim nächsten mal raus soll ich fange jetzt erstmal an leicht in die mitte zu falzen ihr seht das ich habe die falls jetzt in der mitte gemacht jetzt mache ich die diagonalen das mache ich auf beiden seiten so jetzt drehe ich das aber um und falte das wieder wie ich das vorhin auch schon gemacht habe ihr seht jetzt hier wieder die linien falze das so jetzt kommt es drauf an es will nicht so wie ich holen will ihr seht das wenn ich jetzt so zusammen drücke das nach oben dasselbe mache ich jetzt auf der seite das so nach innen versuch mal so zu machen dass man es vielleicht besser sieht so das jetzt auch da einknicken das ist eine frickelarbeit ich hasse sowas egal so seht ihr das jetzt muss ein bisschen probieren und jetzt klappe ich das zusammen sehr schön mittig jetzt muss ein bisschen aufpassen dass wir das hier unten auch an den ecken ganz genau macht es genau passt jetzt verschiebt sich nämlich da müsst ihr echt aufpassen dass es wirklich hier unten gerade bleibt feste drauf drücken weil das ist der teil der für die mechanik funktioniert jetzt wieder mit dem glättbeitel oder was immer ihr zur verfügung habt das ganze ein bisschen besser falten ich mache das von beiden seiten nochmal und jetzt habe ich hier die mechanik weil wenn ich es aufklappe bewegen sich die beiden teile ok jetzt setze ich mal alles zusammen dazu nehme ich jetzt dieses teil richte es genau auf die mitte aus genau mittig von diesen und setze es jetzt so da drauf dass man nichts mehr sieht von dem teil ihr seht das jetzt ganz einfach hochklappen strich machen bis zur mitte nur ganz wichtig hier auch hoch machen hochklappen strich auf der unteren hälfte machen so und jetzt kommt mich der trick an der sache ich beklebe nur diesen teil das wird mit kleber bestrichen und dieser teil wird mit kleber bestrichen das ist ganz wichtig ich zeige es nochmal in die kamera ich könnte es so gut sehen das wird mit kleber bestrichen und nichts anderes ich nehme jetzt einfach ich habe jetzt gerade trip da ihr merkt ich habe schon lange nicht mehr gebastelt ich mache das jetzt mal in der hand damit ich mir den tisch nicht versäue so das ganze hier drüben auch nochmal schön dick jetzt stehe ich den einfach weg ich nehme jetzt hier wieder die mitte lege es so mitte 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 achte darauf dass das hier die seitenflügel verdeckt klappe den auf und ich klappe jetzt den auf drücke was das fest so und ich das jetzt zusammen klappe dann seht ihr schon bewegt sich das und legt sich zusammen so wie ich das wollte ok das ist die mechanik die kommt nachher so in die karte dabei könnt ihr was machen wie ihr lustig seid völlig egal naja blöd gelaufen ist schon wieder lose das liegt natürlich auch an dem tollen kleber ja bestimmt zu hause bessere kleber schnellere kleber da macht ja auch wieder jeder sein eigenes ding so nochmal feste drücken jetzt das ist ja nur die die musterkarte ich mache es jetzt einfach zusammen ich klappe es zusammen das dreht ihr seht es noch ein bisschen sperrig aber es funktioniert es dreht sich zusammen es passt rein es ist optimal na so ich gucke gerade nochmal was das guckt hier so ein bisschen raus ich gucke gerade wo der fehler ist aber ich ahne wo der fehler ist ich muss ein bisschen tiefer die karte ein bisschen tiefer platzieren das ist aber kein problem das noch nachträglich zu machen richte die karte nochmal aus dass sie auch gerade da drin sitzt so und jetzt guckt doch nichts mehr raus zusammenklappen fertig und jetzt nehme ich nur dieses teil das ist jetzt wieder mein deckblatt streiche die komplette fläche mit kleber ein also da seid ihr bestimmt besser als ich da bin ich mir ganz sicher ich bin ja nicht so der begnadete bastler bei solchen sachen so ich lege das genau mittig gucke dass es rechts und links den gleichen abstand hat also hier hier und hier versuche ich den gleichen abstand hinzukriegen drückt das feste rein so weit wie möglich ziehe es noch ein kleines stück nach unten ihr merkt ihr seid besser als ich ich bin mir sicher da sind so dass ich einen kleinen abstand hier unten habe dass ich besser klappen kann jetzt gehe ich hin streiche die obere hälfte von dem klappmechanismus ein klappe die karte runter platziere es jetzt aber auch hier indem ich jetzt ein bisschen drauf achte dass es wieder schön aussieht und gut liegt runter drücken fest streichen und hoffen dass es jetzt reicht ich kann die klappe öffnen die karte und kann die karte unterschließen so das war der teil der mechanik wenn es euch interessiert würde ich mich freuen wenn ihr das unten runter schreibt dann zeige ich euch wie man damit weitermacht ansonsten könnt ihr jetzt hier selber arbeiten ihr könnt hier noch kleine platten reinschneiden mit irgendwelchen mustern oder wie ihr das machen wollt ihr könnt dafür sorgen dass es ganz raus geht dass es nicht mehr hoch steht also wenn ihr jetzt weiter nach außen klebt ich mache es nochmal los noch geht es geht doch nicht mehr also wenn ihr das weiter nach außen klebt dann steht es nicht mehr hoch das kann man machen wie man lustig ist oder wie es das motiv möchte wenn ihr hier so kleine drei vier kärtchen rein macht dann ist es gar kein problem das so zu lassen wie es ist wollt ihr es gerade haben dann müsst ihr halt ein bisschen damit rumspielen alles klar das war es für heute eure cameo maus der Andreas und ja schreibt mal unten drunter wie ihr es gefunden habt und ob ich weitermachen soll mit der karte bis dann tschüss eure cameo maus der Andreas der Andreas die EU der Andreas und das 고요